Wie ich sehe, glaubt ihr, ihr seid hier unten sicher? Diese Höhle ist brüchig und morsch. Und außerdem gibt's hier häufiger mehr Beben. Halt, mach die Tür auf! Blöp! Und bleib! Blöp! Blöp! Was ist das? Hey! Oh, man! Hey! Oh, man! 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 Machst du auch noch irgendwas? Ne? Die bewegt sich jetzt bestimmt wieder. War mir irgendeine Zug da? Wuuu!